Musik Ach nein, das wollte ich gar nicht, fuck Ja, das hat sich verbuggt Flamme nochmal Nein, Flamme ist so Danke Waffe ich nicht Sand ist kaputt Achso, ja, nochmal das runter Ich muss das irgendwie hinkriegen. Da gibt es eine bestimmte Reihe, die man es einhalten müssen und da funktioniert das scheiße auch. So klein Buggi, ich habe hier für gerade keinen R-Fahrer geklappt, verdammt. Ich fahre jetzt nicht mehr mit hoch, das ist doch scheiße. Nee, ich sehe gerade keinen Rückmuss noch aus, vielleicht habe ich aber gerade keinen Nerv mehr zu dem Käse. Wenn wir jetzt nochmal hochfahren, dann ist es wieder auf dem gleichen... Ah, das ist doch scheiße, Mann! Jetzt geht es ja aus. Na, dann geht es mal hoch. Äh, Buggi, du bist so blöd. Feuer. Wind. Wasser. Warte mal, ich glaube, ich habe es. Erstmal runterfahren, so. So, Feuer. Dann fahren wir hoch. Dann fahren wir nochmal hoch. Dann fahren wir nochmal hoch. Jetzt wird es doof, sonst wird es wieder aus. Ach, Mann, ich komme doch nicht drauf. Kannst du nicht resetteln? Ich geh mal was mit der Pfeile dazu tue, weil mir kein Mausgatter. Also rechts haben wir die Pfeile, so einen Orangenen, so einen Helleren und so einen Blauer. Heißt das aber für mich? Wenn ich den jetzt aber mach, dann gib mir das ja aus. Das heißt, ich brauch was soll ich jetzt gesagt, fahr dann hoch? Der ist aber unlogisch, das passt, ne? Weil ich Wind mach, geht's nicht, ich brauch Feuer und Wasser, dann fahr ich hoch, dann brauche ich Wasser, dann fahr ich hoch, dann brauche ich Wind, dann dreh ich, dann kann ich aber nicht, dann fahr ich runter, dann passiert aber der Scheiß, dass das Ding ausgeht. Dann fahr ich wieder so, dann fahr ich nochmal runter, fahr nochmal runter, wobei, warte mal, ne, mach nochmal umgekehrt. Dann fahren wir jetzt nochmal geschwind hoch, dann fahren wir jetzt runter, fahren, drehen das Ding, runter, fahren hoch, fahr nochmal hoch, fahr runter, fahr hoch, wechseln jetzt auf Wind, fahr nochmal hoch, dann dreh ich das Ding aber nicht mit. hoch, 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 ich sehe keinen Rhythmus da drin, es tut mir leid. Nein, jetzt hab ich einen Fehler gemacht, fuck, Alter, ich hätt's jetzt gehabt, ich bin so blöd, ich hab nicht umgeswitcht. Ahhhh, das regt's mir selber auf. Ne, der kommt nicht mit, der dreht sich einfach nicht mit um, ach komm, Alter, ich rasch jetzt. Ich krieg das ja nicht irgendwie auf nen Nenner, das ist schon voll scheiße. Ach komm, man, ich hab keinen Bock mehr drauf, gleich, das ist auch scheiß Dreckhäufer, verfickt. Ich wollte das aber anders rumdrehen haben, ach so, ich hätte noch runter machen müssen, ja, gut, okay, sag ja schon nix. So, durch wechseln. Das Ding kommt aber einfach nicht mit, das Dreckhäufer. Warte mal, oh, wie machen wir das jetzt am besten? Mensch, der Wind brauchen wir nicht, Feuerwind, äh, Feuerwasser. Da kommt jetzt nur Wasser. Wir kommen noch mal runter. Wind, kriegen wir das Ding jetzt dreht? Nein, kommt noch mal runter. Oh, schau, wenn das kein Brecher jetzt krieg. Das dreht sich aber nicht mit. Ach, ich hab keinen Bock mehr jetzt auf die Scheiße da. Ah, er legt mich noch am Arsch. Meine ganz blöde Frau kommt, glaube ich, bei mir eigentlich Sachen nicht und bei anderen schon. Ja, stirbenden Tod, nein. Meine Golde, das gibt's doch nicht. Das ist jetzt nicht ein Scheißdrecks Ernst. Jetzt geht er runter. Ey, ich hab gerade was entdeckt, da können die kotzen. Alter. Ich bin noch extra hinter dem Schrank nun gelaufen, um zu gucken, was da abgeht. Ne? Alter, Tegu, jetzt lauf du fettes Stück Scheiße. Jetzt geht's mir auf das Sack gerade. Warte, geht der, nein, ne? Ich hab, äh, ne, ich hab immer... Ey, ganz ehrlich, das gibt's doch nicht. Ey, der, warum lauf hierher? Gott verdammt nochmal da nun. Hier, hier nah. Aber ich... Oh, man muss drüber klettern. Oh ja, du Penner. Schmeißt das Ding jetzt um. Keine Ahnung, was es bringt. Ah ja. Manchmal, eh, als wir spielen keine Riesel Games mehr in der Hinsicht. Was ist denn jetzt los? Nie hatal. Ne. Ich will die Flamme Rätsel lösen. Ach Gott. Naja. Hätte einfach sein können. Verfickt der Axt. Ich war schon richtig, was ich gemacht habe. Hey, guck, geh einfach da hoch, Mann. Geh einfach verdammt nochmal da hoch. Jetzt verstehe ich den Shit. Neu, jetzt lass das Ding runter. Hopp. So, das Ding ist jetzt glockt und wir jetzt runterfahren. Dann ist wieder... Achso, nein, scheiße. Okay, gut, 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 gut. Kapiert. Ja, Kraft. Ach mein, bin ich ja gar nicht so blöd, wie ich dachte. Aber wenn ich dich rumschneide rein, da kriege ich gleich einen vor. Da kriege ich einen Tripper, Alter. Da kriege ich gleich einen Tripper, aber ein Fetter. So, und jetzt geht das Ding auf, ne? Jetzt ist das glockt. Jetzt können wir runterfahren damit. Und das war's. Jetzt kann meine Scheißfeuer nach. Oh, Mann. Ich könnte heulen. Jetzt Vogel, friss von dem Scheiß. Ja, komm, geh lieber, bevor der Vogel uns noch frisst. Muss ich vielleicht erschienen? Nee. Lol, ich hätte gedacht, er hüpft da rüber. Oh, du Smog. Gut, dann machen wir das schon so ein Bad mit dem Fettsack. Oh, Mann. Jetzt brauchen wir das Schlagding. Jetzt kann man das eine nicht ausleuchten mit seiner Flamme. Aber hey, YOLO. Die anderen zwei jetzt so drummert er wahrscheinlich. Oh, jetzt klärt er runter. So, jetzt mit dem Specki, da aber mal ein. Wie ist das aussehen auf dem Bild? Ach du Schande. Wie ist das aussehen auf dem Bild? Wie ist das aussehen? Oh Mann, ich habe jetzt schon wieder keinen Bock auf den Kack. Das muss weg. Oh, das komische Knick der Rohr auf der Seite. Das heißt, du kommst auch hoch. Nee, das ist das nicht. Nee, du auch nicht. Du warst hier schon richtig, ne? Ja, ja. Wird es das wohl sein? Ja, es sieht richtig aus. So, dann kommst du da hin. Du kommst da hoch. Oh. Ah, das nervt doch nicht. Du kommst da hin. Und das andere verkrüppelte Ding. Müsste das hier sein. Nee, das ist nicht. Was ist das da runter? Oh mein Gott. Ja, dann leg es doch jetzt auf ihn auf die scheiß Tasche, drück mein Freund. So, dann kommt irgend so ein komisches Y-Stücklein hin. Das da vielleicht? Nee. Irgend so ein T-Stück noch dabei. Ah, ich glaub das da. So, dann musst du jetzt da hin. Na? Haben wir nur ein kleines Eckstück irgendwo. Ach, mein. So, kurz gehen. Das darf ich. Das wird wohl das sein, ne? Nö, das passt nicht. Äh, waren wir stehen geblieben. Wir sind ja jetzt an dem Punkt gewesen hier, ne? War auch mal ein gerades. Fessi die zwei Geraden kommen da hin. Okay, gut. Das passt aber nicht. Weil der wo das ist, das ist ja falsch, ne? Das passt ja da gar nicht hin. Egal wie ich's drehe. Ah, das ist ja schon richtig. Wir haben das Stück hier, dann haben wir so das hier. Ne, das ist falsch. Seh ich grad. Das da unten ist richtig, aber das hier ist falsch. Na? Von der Form her ist das komplett falsch. Dann kommst du mal weg. Äh. Was könnte das sonst sein? Was ist denn? Was ist denn das Verbindungsstück? Weil das passt im Grün eigentlich jetzt überall. Außer hier halt, ne? Das gerade. Wenn man da vor mehr passt, das nicht. Das ist stark. Kann man die vielleicht, wenn wir nicht drehen. Ich bin überfragt. Alter, stöhne drum, du Penner. Ah, echt da, aber ist ja widerlich. So, also das kommt auf jeden Fall ganz nach unten. Das steht fest. Und eins mit dem gechillten Boge, das wäre das so. Das heißt, du musst mal kurz auf die... Ja, geh doch mal weg jetzt. Legs ab, verdammt. Ich bringe doch sonst irgendwelche Tasten hier. So. Und das heißt, das mit dem gechillten Boge hier, das da, kommt nämlich da runter. Ah, warte mal, das kommt hier hin nämlich. Jetzt wird ein Schuh draus. Was ist das denn, was hier hinkommt? Nee. Hä? Also unten gucken wir mal kurz. Wir haben das Stück, das stimmt. Das komische Verwinkelte stimmt. Das hier stimmt. Und das hier stimmt. Über dem muss das hin. Haben wir ein Stück, was so einen komischen Knick hat. Ich will erst mal die Lücke hier ausfüllen. Jetzt, was soll das aber sein? Das? Kann ich mir nicht vorstellen. Das passt irgendwie gar nicht ins Bild. Nee, kann es auch nicht sein. Jetzt muss ich mir irgendwo anders sein. Wobei doch, klar. Logisch, das kommt hier hin. Passt aber das nicht. Ah, dann wird es jetzt da oben sein, was da rankommt. Na super. Jetzt muss ich jetzt mal hier aufräumen. Zack. Nein, lasst es da, wo es ist. Es ist gut so. Ui, das wird jetzt witzig. Das Ding von der Oberfreie. Legs doch jetzt ab, verdammt ich. Nein, Jürgen. Mann, wie oft der Scheiß-Button noch drücker, ey. Du hast eine Reaktion wie ein Fickeros, du. Meine Hüde. Es war der aber gleich freundlich hier. Das Ding von der Oberfreie. Untertitelung. BR 2018